Was sind Pivot-Punkte? Bei der Berechnung der Pivot-Punkte schaut man sich ganz genau den letzten Handelstag an. Nimmt dann das High, das Low und das Close von diesem Tag und berechnet daraus verschiedene Kennzahlen. Und zwar berechnet man einmal aus dem Mittelwert dieser drei Punkte den Pivot-Punkt, der auch PP heißt, und berechnet dann nach oben hin drei Widerstandslevel, nach unten hin drei Unterstützungslevel. Die Widerstandslevel werden als R bezeichnet, die Unterstützungslevel als S, wobei das für Resistance und Support steht. Generell ist es so, dass man bei diesen Pivot-Punkten einfach auf den Vortag ganz besonders schaut und dann natürlich auch direkt schon die Schwankungsbreite von dem Vortag mit berücksichtigt. Und die Pivot-Punkte kann man dann einfach in sein Trading integrieren und die als markante Level nehmen, wo der Markt dann ja abprallt oder Unterstützung findet. Wir hoffen, diese Information war nützlich für dich. Wenn du noch mehr über das Trading erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem kostenlosen Anfängerkurs vorbei. Außerdem kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen.